Musik Heute ist der 12. Juni 2009. Ich bin hier in Siede-Jolakli und hier im neu eröffneten Hotel Royal Dragon. Keine Pull-Landschaft und am herrlich breiten Sandstrand von Siede gelegt. Ihr Robert Gebeck Hier in Siede-Jolakli ist auch das 2008 eröffnete Hotel Royal Dragon. Musik 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 Das ist das Hauptrestaurant. Musik 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 Hier im Hotel gibt es einen eigenen Lunar Club. Es gibt sogar eine Kinderhochschaubahn. Alle Attraktionen des Lunar Park sind kostenlos. Und dann gibt es auch einen tollen Aquapark. Es gibt einen eigenen Wasserpark für die Kleinen. Ein modernst ausgestattetes Fitnesscenter. Es gibt auch ein Spa-Halmbad. Ein sehr großes Halmbad für die Wintermonate. Und das ist jetzt der Weg zum breiten, feinen Sandstrand. Die Wassersportbasis hier vom Strand Siedecholak. Das ist jetzt der Weg am Strand Siedecholak. Der Weg zum Schluchzeichen. Der Weg zum Schluchzeichen. Der Weg zum Schluchzeichen. Das ist der Blick jetzt auf das Hotel Royal Dragon, hier gibt es dazu das Strandrestaurant und der Strandabschnitt vom Royal Dragon. Und hier auch auf das Hotel Royal Dragon. Und hier der Blick den Sandstrand entlang von Sidi Cholaco bis zur Altstadt von Sidi.